Salvete des Kipoli! Hier ist Juno und ich möchte euch heute die Nomen und ihre Formbildung näher vorstellen. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich euch die Frage Was sind Nomen beantworten? Dann werde ich euch die Deklination im Allgemeinen und in Punkt 3 die verschiedenen Deklinationsklassen näher vorstellen. Im vierten Punkt gehe ich dann noch auf den Begriff der Konkurrenz ein. Zuletzt steht dann eine kurze Zusammenfassung. Wir beginnen also mit der Frage Was sind Nomen? Nomen, also Namenwörter, wie ihr sie ja auch aus dem Deutschen her kennt, sind eine bestimmte Gruppe von Wortarten, die es im Lateinischen gibt. Zu diesen gehören zum Beispiel die Substantive, also die sogenannten Hauptwörter, wie Amicus, der Freund, Serva, die Sklavin und Templum, der Tempel. Des Weiteren gehören zu den Nomen die Adjektive, also die Eigenschaftswörter, wie zum Beispiel Bonn, Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com